Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Tanks. Ich schnapp mir meine 2 6er Würfel und Würfel mit die 2 6er Würfel. Und was würfel ich? Ich würfel eine 6. Hätt ich auch mit den 1er geschafft mit 1 6er Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh das ist die schöne Artillerie, die amerikanische M14 war es glaube ich. Hab ich jetzt nicht hingeschaut. Ach M12, M14. Ach nee nee nee. Oh Bischof ist auch dabei. Zuerst habe ich mal gesagt das ist die Bischof. Der Shop ist B. Aber ich bin hier auch gefallen. Die Bischof. Der Bischof. So und dann gehe ich gleich mal rum rein. Und klemm ich da in der Ecke um den Uhren. Da schläft ein bisschen. Der Super Markus, der Psychotank haben wir hier. Das ist ja auch nice. Jetzt haben wir noch für schöne Namen hier. Red Huntman. Wer heißt denn nur Red Huntman? Das kann doch nicht wahr sein. das kann doch nicht wahr sein. So dann schauen wir jetzt mal. Da ist ein Jäger. Der Shop war kaputt. Da ist einer. Bleib doch mal irgendwo stehen, sonst treffe ich dich doch gar nicht. Na gut, da treffe ich dich sowieso nicht. Da willst du mir durchfahren? Hey, meine Leute sind gut, ich brauch ja gar nichts machen. Kann ich hier irgendwo in der Ecke hinlegen und schlafen? Ach, wir müssen ja auch nur verteidigen, sehe ich gerade. Oh, da oben, da oben. Schwerer und den Jäger. Okay, der Jäger, der ist und der Schwerer geht da oben. Ich gehe aber erst auf den Jäger, weil der macht ein bisschen mehr Schaden für die Schwerer. Aber ich denke mal, das entlenkt hier gerade so ein bisschen. Ich habe geschossen, ich habe geschossen. Boah. Also es leckt schon richtig gut hier. Hoffnung habe ich zerstört. Hä, wo ist denn der hin? Boah, was ist denn das hier? Was für einen Pink habe ich? Die 102. Oh, kein Wunder. Ich glaube doch mal stehen. Was? Nein, ich habe gerade geschossen. Mann. Was ist das hier für ein Abkack? 200. Ich drehe hier durch. Hallo? Was ist denn heute hier los? Ach, der hat noch ein Leben. Ein Leben hat der noch. Ich bin eigentlich nur ein guter Beobachter zur Zeit. Weil wenn ich schieße, dann ist es sowieso schon vorbei. Wenn ich hier weiterfahre, dann müsste er gleich irgendwo hier sein. Okay, da war er bestimmt schon da. Ach, da ist er ja. Nice, nice. Ich sage nur, dass das... Ach, jetzt ist der Ping endlich wieder gut. Was war das denn gerade an Anfang? War da ein Update gezogen worden? Ich weiß es nicht. Wer stirbt, wenn er da unter fährt? Hey, wo ist er hin? Na gut, dann ist der Jäger da unten. Naja, vielleicht auch nicht. Dann ist der leichte Panzer da dran. Na gut, dann nicht. Dann ist der leichte auch nicht dran, ne? Dann jetzt sind die Atti. Und wo steht sie? Da fährt sie. Da fährt sie. Der Bischop. Na gut. Und? Ha! Und das mit meinen Lex. Hihihi. Na gut. Na gut. Jetzt fahr ich von nach fünf mit Papter Faschisten. Da ist ein Drehung 2A. Okay. Ok. Alter Knopf, den muss ich tun. Och ne, da geht doch sowieso nichts durch. Der 01 oder der UI, der hat so eine übelste Panzerung. Boah, ja, das war mein Kill, ey, die haben mein Kill geklaut. Das gibt's doch nicht, die haben mein Kill geklaut. Na gut, ok. Dann nehme ich jetzt mal meine 2 6er Würfel. Und ich würfel mir ein 2 6er Würfel. Was würfel ich mit meinen 2 6er Würfel? Ich würfel eine 6, 7, 8, 9. Was haben wir hier nochmal? Schnell gucken. Ich spiele da Schläger. So ein Schläger, mein Güte. Jetzt mal die 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boah, ich komme mein Lieblingspanzer dran. Das ist ja cool. Wenn ich mit denen jetzt auch noch überleben würde. Und gewinnen würde. Och, das wäre ja noch schöner. So. Wo gehen wir lang? Crashs? Blips? Oder Crider aus? Ich glaube für jeden da lang. Da ist aber auch immer ein bisschen doof. Am liebsten fahre ich immer durch der Stadt. Oh Gott. Dass nicht hier der O1er? Halt mal, wie war denn das? Tapp war das? O1er. Ja, das ist der. Oder OI. Doof. Na, Ati. Ein Russe. Fällt doch nicht hoch auf den Berg. Das ist immer so eine ganz üble Sache. weiter umsieht dich dann jeder wow fahr mal wieder vorwärts jetzt wieder, ne, ich sehe noch nichts wow wow das war ne richtige wow Runde da ist der fette Panzer naja egal gehen wir mal zurück in der Garage ich bin der einzigste der gestorben ist ich bin der Sohn Opfer naja egal ich nehme meine 2 6 zerwürfel meine 2 6 zerwürfel das sind jetzt 2 Puncher die ich habe warte mal ich hab doch von den 9 gewürfelt würfel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ja doch passt 9 10 11 hä hatte ich nicht 12 Panzer ich nicht 12 Panzer mal naja naja was solls also ich nehme meine 2 6er Würfel ich werde mit meinen 2 6er Würfel würfeln und was werde ich würfeln ich werde eine 5 5 wurfeln das ist der hier ich kann nochmal nachzählen 1 2 3 4 5 ach das war auch Nati ach das war ja der der kann mal 13 Schalen oder so macht oh mein Gott das kann da nicht sein das ist auch noch eine richtige Krüppel kriege ich hier naja naja das war meine 3te Runde und auch die letzte Runde und dann würde ich sagen dann war es das für heute in einem 5er Gefecht ich bin wieder der 3er ich bin den Trier und Gegner sind auch Trier Trier ok der Priest ist auch der MC den kniffe ich mir vor wenn ich den sehe ich gehe normal sind ich probiere da echt in der Ecke rein zu gehen mal erstmal wie ich da vorne rein fahren den kleinen Berg oder hinter dem kleinen Berg komisch wo der Ping so scheiß war da habe ich richtig gut gespielt und hier habe mir ein Kehl geklaut so gut habe ich gespielt dass mir so wie die Kehl klauen kack idee what the fuck osilo da komm ich da hoch komm ich da hoch komm ich da hoch ich komm da ich tue hoch ach keiner kann mir helfen die fahren da auch gut die fahren alle hier lang will keiner die linke Seite treffen Mensch kann ja jetzt schon nichts mehr werden ich stecke mich da hinter dem Busch mhm hinterm Busch so dann misieren wir mal da oben keinen mehr an dann misieren wir da auch keinen mehr an noch ein bisschen schneller meine Maus hat mir ja eine schöne da immer ist gekämpft die leichte blau damit sich sie auf dem dunkeln sehen kann wenn ich mal runter lutsch na was ist denn da hinten los hier das hier wo 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 Gau, guau, guau, guau. Nein, Wolverine, bleib stehen. Ja, jetzt. Und. Nein. Den kann ich nicht abschießen. Der ist kaputt. Der Wolverine. Der muss dran glauben. Wenn ich den treffen würde. Bleib stehen. Okay, Schuss. Und. Nein. Ach, Mensch. Ich glaube, da kann ich mit Bananen besser werfen. Nein, der ist genau irgendwie nicht. Okay, das ist ein schwerer Panzer. Den knüpfe ich mir vor. Boah. Das ist schon langsam. Der Traffisch bestimmt wohl macht kein Schaden. Probier lieber. Da. Was. Zu. Mach. BAM. Ach, Mensch. Ich kann noch nicht fahren. Bleib stehen, bleib stehen. Panzer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Siehst du, das meinte ich. Der macht ja mal Müll schad. Nicht bewegen. Sonst sieht er mich. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich habe extra rechte Maustaste getrunken. Jetzt bewege ich mich. Wieder nicht bewegen. Ja, nicht so viel bewegen. Ich habe ja gar keinen Tannen mehr nützlich gerade. Ah, nicht bewegen. Jetzt bleibt doch mal stehen. Ah. Okay. 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 Ich habe die Kette zerschossen. Und? Nichts getroffen. Und? So. Ob ich da jetzt in der Ecke stehen? Ich habe ja doch einen Unentscheid. In 10 Minuten. Ich habe mich gefunden. Ich habe mich gefunden. Mist, ich habe den nicht getroffen. Er hat genau dann geschossen, wo ich auch geschossen habe. Nur er hat getroffen und ich nicht. Die andere Runde habe ich auch verloren mit dem Typ 58. Naja, die Su 152 fand ich auch besser wie Typ 58. Und war der falsche Russicht, den ich meinte. Den finde ich besser. Naja. So. Okay. Ich würde mal sagen, das war es dann für heute. Ich hoffe, euch haben die rumgefallen. Zumindest die erste. Den aber nicht so. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal nächstes Mal wieder seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.